Hallo ihr Lieben! Heute gibt es was aus der Konserve. Und zwar Pottenstein mit den zwei Sommerrodelbahnen. Leider nicht jetzt auch vom neuesten, sondern von der Zeit, wo noch oben auf dem Berg der Hexenbesen gebaut wurde. Was man auch im Video erkennen kann. Also, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesem Video. Geht's! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018